Wie viel, wie viel Schaden machen die denn an Iona? Nicht ganz so viel, aber das darf ich werden dann an. Geht's klar. Und ich werde auch einen DD lassen, also hört auf euren, äh, da lassen, also hört auf euren Namen, wenn ich sag, der da bleiben soll. So, wieder alle Mitte, und sobald der große Down ist, kann die zweite Gruppe auf den Top gehen. Oh, eins klärt und geht dann runter. Ach, nun Debuffs. Zoom 1 ist gerade dran. Geht hier einmal alles, Gruppe 1 dann in die Mitte. Kommt in die Mitte, kleert den Rest, gerade mein Tankett. Meine Doom Interrupted, gut. Tanker tot ist, dann alle Richtung Bottom. Vielleicht den Destructor fokussieren. Okay. 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 Vielleicht den Destructor fokussieren. Bleiben alle kurz hier. Bleiben alle kurz hier. Damit ihr die Lane so schnell ihr könnt. Gruppe 2 nach oben, Gruppe 1 in die Mitte. Yeah. Doom 2 Wieder auf den Weg machen, spätestens jetzt Wo wollen wir ihn down? Ein Fallout hier Seht ihr in der Mitte dann, alle Seht ihr das Tank add, nachdem die Fallouts down sind Gehen wir alle runter Off bei der Lanemilise, da kommt zuerst ein Turifier Ein Tank den hat Dann geht auch die Klein Sein Guard machen, dann alle in die Mitte Gruppe Doom 3 kann sich schon auf den Weg machen, hier könnt ihr nichts in der Mitte mehr machen Seid nur sicher, dass ihr beim Healer seid Vielleicht kommen die Fledermäuse, vielleicht könnt ihr da auch mal ein bisschen checken Ranges Und die Mitte spawnt gleich Alle auf den Office Skater Sobald er da ist Sobald er da ist Kommt, hier müssen Schaden reinhauen Damit wir die Lane clean spielen können Und Und Rave und Ashtier runter Kick her Boop Mossgrab kommt Mit Dunkler Down auf die Fell Lords Gleich wieder Slow Bisschen Hilfe jetzt bei den Beds Ich nur habe falsch geskillt Bitte der Rest in der Mitte bleiben Geht die Fell Lords in der Mitte Geht die Fell Lords in der Mitte Aber Heiler es ist schwer mit helfen beim Beds Gut Und jetzt spielt die Lane von unten nach oben Das sind ja Leute der Fang gesehen, von daher ist gut Die ganze Gruppe die lane von unten nach oben ab dem pure fire und bloodlust zu 4 auf den wegmacher zu sativa du bleibst bitte auf der oberen lane viel zu weiter die lane wird von unten nach oben du kannst erst mal runter gehen ist okay wir spielen später gleich nach oben und gruppe 1 jetzt in die mitte gleich da und kommen jetzt hoch ich mach den ersten kick beim destructor sieht man jetzt wenn ja noch nicht habe second pot auf die jetzt die gerade angreift die angesagt sind wollte jetzt dann die kipps erster kick ist mitte durch bild oben den 4 feier und sagt bescheid wenn der tod ist geht jetzt daum alle oben bis auf alle oben bis auf mike und henrik runter auf die untere lane gilt den obviel skater user join your channel ich kenne den nächsten in der mitte den nächsten in der mitte kannst du kicken mit noch ein bisschen schaden dass ihr könnt 1 in der mitte tot ist geht vor eona deiner hiel wäre nice unten an wo wir kommen ich habe jetzt schon bubble gezogen vor eona was ihr könnt machen wir die bett jetzt noch oder ja auf totenkopf bitte alle auf totenkopf alles was ihr habt tottenkopf 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 achtung debuffs spielt die debuffs anständig komm schon komm schon komm schon sehr schön leute jawoll get set nice one ja nice get set oh zeiter okay das war ja ein hartes stück arbeiter ja ein wenig was und noch mal der ring wie gestern ja mit sockel ja 5 ja geil gold ey ja gestern war 9,65 mein ich ne ich 55 mein ich ey arz der fuck macht boom ich auch